Wir haben letzte Woche gesagt, wir haben einen ordentlichen Auftritt zu Hause hingelegt. Es ist ein Punkt am Ende dabei herausgesprochen und wir haben gesagt, wir wollen jetzt irgendwo natürlich dann auch den Bock umstoßen, um einfach auch mit drei Punkten dann mal die nächsten Wochen da unten wegzukommen. Es helfen jetzt nur Siege, um dann auch mal die nächsten Wochen ein bisschen durchzuatmen, aber dazu müssen wir natürlich arbeiten. Und ich denke, der Trainer hat auch schon viele Sachen angesprochen. Wir werden gut vorbereitet in dieses Spiel gehen in Dortmund und hoffen natürlich, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden, wie die letzten Auswärtsspiele, weil das sind natürlich die Spiele gewesen, gerade auswärts, wo wir enttäuscht haben in diesen Spielen und zuhause glaube ich nicht, dass man uns dort einen großen Vorwurf machen kann, aber auswärts ist sicherlich so, dass wir dort anders auftreten müssen und auch werden und dann sind wir guter Dinge, dass wir in Dortmund am Sonntag dann auch die ersten Auswärtspunkte einfallen werden.